Wir trainieren die Deutsche Meisterschaft am Samstag, den 21.04. Wir sind hier in Paradise, Waller Heerstraße, 2.9.38, kommt alle vorbei, da kommen die besten Kämpfer aus ganz Deutschland. Und kommt zu uns und unterstützt unsere Jungs, die haben jetzt verdient. So, wir erwarten euch alle, ihr seid herzlich willkommen, das sind die besten Tamoitei-Kämpfer aus ganz Deutschland. Also ungefähr 300 Kämpfer sind da, ihr seid alle herzlich willkommen. Lohnt sich vorbei zu schauen. Wir erwarten euch. So, bis Samstag!